vorkriegsgeld ja hallo hallo warum kann ich da nicht rein was ist das für ein besonderer schrank schreibtisch meine ich na egal den kann ich auch nicht danke so und wartet unten oh mein gott ich hab dich abgeschaltet ich hab dich doch abgeschaltet das noch ein mark es geht mir in mark und bein das stimmt ich habe diese besonderheit dass ich zielstück kann ich eher treffen als die besonderheit dass ich dann umdringen alle auch kommt noch einmal mehr bin ich erwarte ich habe vor allem jetzt davon i am the suckiest i am packiest i am fettest ist der test i have a test to ride da ach so ne geschützt schon gut will ich nicht scheiß drauf habe ich jetzt hä wie soll ich denn hier hinkommen ich hätte hinlaufen müssen wieder einfach nur na super wie komme ich jetzt weiter spiel nervst wenn du mich so verarscht wie komme ich denn jetzt höher hier einmal schon oder auch nicht ich hänge ich schon wieder fest oder ich glaube es einfach nicht nein 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 ich hänge ich fest hallo du hängst nicht da jetzt fest latino nein es kann nicht sein das kann nicht wahr sein nein 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 ich kann nicht mehr springen er kann nicht mehr springen ich lehne mich mal kurz zurück und denkt mir machen wir das alles noch mal wo war denn das letzte da müssen wir ja super okay wir tun so als ob nichts passiert wäre und gehen jetzt und holen die ganzen sachen jetzt mal nicht und versuchen mal anders da hoch zu kommen so geht es auch jetzt kümmern wir uns holen wir uns mal sowas hier habe ich genervt okay wo lang mussten wir jetzt ich glaube einfach nur nach oben und dann probieren wir es weiter also macht nicht wirklich spaß gerade hier wow ah aua oh das radio läuft immer noch hauptsache das radio läuft noch alle die welt geht unter aber radio läuft mit einer schleife von modern talking hallo und die na wo bist du hier waren wir hier schon hier waren wir doch schon kommt hier kommt man auch so hoch na was soll's auf jeden Fall kann er jetzt mitkommen das ist doch auch schön kann ich da hoch nope nein ach man oh bin schon wieder runtergefallen hör doch mal auf durchzudrehen hier jetzt komm mit doch mit da hat er als aggression bei der letzten aufnahmpause auslassen können knick knuck hier sind scheiß geschütz sachen gleich wieder mann 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 bin so genervt so jetzt machen wir das mal gleich nämlich mit der rache einfach nur weil wir sie haben kuckuck nein da boom hinterrückt hallo ich muss doch was bringen so scheiß drauf so jetzt speichern wir und probieren es noch mal denn da drüben wollen wir hin und ja oh wir können das Innere angucken geil und jetzt probieren wir es doch mal hier war nichts da konnte man sich runterfallen lassen ich traue mich schon gar nicht noch mal da hoch aber ich so kann man doch da hoch springen oder nicht ich hoffe es oder auch nicht auch men wie komme ich denn da hoch wo ist der da hinten ist auch noch ne war ich doch schon oder ach jetzt bin ich wieder bei ihm ach man wo ist denn noch einer da da oben ist einer oder unten nein der wird oben sein wir müssen immer noch den zugang finden dogmeat ich möchte einfach nur unten da jetzt rein und dann wieder raus also das hat er gesagt unheimlich so wenn man so überlegt mal so ein horrorspiel so und dann guckt uns an draußen gehen die ab spielt heute irgendwie irgendwer hier bin ich reingekommen so leute das ist super peinlich ich habe keine ahnung wie ich hier weiterkomme ich muss da hoch das heißt ich fall ganz runter hier vielleicht irgendwo ich habe auch gerade keine lust mehr auf nichts von euch altmetall hier im pack ja sag mal anscheinend haben wir ein paar neue meldungen ratatata hört euch das an verliert nicht die hoffnung kinder niemals der flüchtling aus der ward 101 der wahre messias des ödlands wandelt unter uns hört zu das ich habe euch eine herzerwärmende geschehen mach eine von einem sohn auf der suche ok kennen wir schon danke ich bin ein bisschen genervt ich wollte mich habe ich so gefreut auf fallout spielen ich war so hier auf yay let's do this und so und jetzt bin ich so ein bisschen genervt feindliches ziel entdeckt neutralisierung eingeleitet ich muss dieses viech umbringen damit mein hund aufhört hier rum zu hechten wie komme ich da hoch ich brauche ein grappling hood cook oder so wie komme ich da hoch ja die reds und so bla bla hier da da ich muss da oh man komme ich da lang da 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 ich muss da irgendwie hoch mir ist egal wenn es gescheatet ist kann ich hier hoch das kann doch nicht irgendwie übersehe ich wirklich was sehr offensichtiges habe ich das Gefühl hier zum beispiel kann ich hier hoch nein auch nicht kann ich das hier kaputt schießen oder so scheinbar nicht dogmeat kannst du da durch ich muss irgendwo hoch springen können hier zum beispiel kann man hier hoch springen ich guck mal ja ja warte 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 das schaffe ich ich muss nur irgendwas holen zum raufstellen wenn das spiel das jetzt ausnahmsweise mal sogar von einem erwartet sonst ja irgendwie nie ja 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 jetzt stehen wir nämlich auf der auf der lau auf der mauer sitzt eine kleine sitzt ein kleiner latino so ja wir haben es geschafft jetzt kann es endlich weitergehen leute ach endlich entschuldigung hat mich ein bisschen angekotzt alles oder ist alles sehr leer sollen wir wirklich hier hoch können aber hier ist ein gegner also ich denke mal wow außerdem brauchen wir noch den zugang und der muss ja irgendwo sein was ist denn hier überhaupt die ganze zeit am radiazieren egal ähm ja ja ich besiegt den gleich dann kannst du dich wieder beruhigen um und was der ist doch unten okay ich fühle mich so dumm jetzt wo genau meint ihr nein 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 hä 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 So, ich kann nicht um die Ecke gehen. Ich speichere mal lieber, bevor ich gleich wieder runterfalle. Hä, wo muss ich denn hin, um diesen Code hier, um die Tür aufzumachen? Da muss doch irgendwie... Pfff, ich wollte mich verarschen. Doingi, 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 doing, doing. Achso, okay, ganz nach oben. Geht wohl nicht. Ein leerer Koffer. Koffer sind echt langweilig. Ich glaube, wenn man da echt interessante Sachen draus machen hätte können. Hier ist wirklich nichts. Ha. Kann ich mich irgendwo runterfallen lassen, wo ich vorher nicht reinkam? Ich gucke mal. Das wird dann die Lösung sein, oder? Hier zum Beispiel. War ich hier vorher schon? Ich glaube nicht. So. Verkaufsautomat. Hier war ich noch nicht. Hä? Strom? Geil! Strom! Wie cool! Hä? Ah, ich hatte ihn fast. Der mit. Jetzt hat er Blut hier bei mir. Woh! Relaf veindliche Einheiten. Alam! So, wir nehmen jetzt nämlich mal eine Carnapp possibilität. Woh! Einde? Bereit das Leben für die Heimat zu lassen? Woh! Mr. Gut! Zwei! Hier hast du's! Bäm! Kronenband! Juhu! Bah! ich über euch stehe und töte und so ein like bereit dein leben zu lassen bist du gott sie aber ist ja richtig rätsel hier dass man oben ist und dann runterspringen muss an der richtigen stelle ich bin total stolz auf das spiel das ist kann ich eigentlich nur von den alten zelda spielen also von den 2d zelda spielen wir sind hier unten scheinbar irgendwo immer noch nicht besser so bevor wir jetzt hin ich glaube alle sind aber alle tot jetzt wir haben hier noch eine deckung die mir alle nichts mehr bringen und das ist schön aber ich suche immer noch den zugang ich möchte in diesem extra oh mein gott wie gegner sind dann noch heftig kann man man ich hab hier in der hand eine kranach hatte what the fuck ok da sind ganz schön viele proben stirbt lolik und da sind ja schüsse ich weiß schon was ist das hier wurde jemand angehimmelt oder so ist das diese was in amerika ist diese frau die immer gerecht ist was in amerika ja nicht wirklich politische sache mal außen vor was bringt denn noch was gegen die kann man die granaten mal wegwerfen genau über ein nee dann brauche ich doch was anderes ich habe doch so viel flammenwerfer dingens bekommen da kann ich doch mal ein bisschen spaß haben so feuer kann er scheinbar nicht ab aber soweit komme ich nicht also nehmen raketenwerfer und ane oder es genau daneben gut zu wissen wie ist er doch verrückt wir machen hier und hä wieso du danke jetzt kommst du thanks danke dafür gucken wir mal was da noch war für ein gegner den kopf witzig witzig Wo bin ich jetzt hier? Ging es doch noch woanders lang? Ich habe das Gefühl, dann ging es noch woanders lang. Egal. Gucken wir mal. Sind wir jetzt im geheimen FBI-Dingens? Wow. Geschützturmsteuerungssystem. Dafür ein ganzer Raum. Das ist aber hier. Effizient durchdacht. Naja. Vielleicht war das ja noch so ein Partyraum, so ein kleiner. Man sitzt hier so. Tipp, 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 tipp. Du, Ariane. Tipp, 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 tipp. Ja. Tipp, tipp. Also total ernst und sowas. Wir haben gerade den Präsidenten zum 15. Mal vor dem Tod geschützt. Wollen wir vielleicht ein bisschen feiern? Das ist super, Peter. Komm, Ariane. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint trinkern so blubblübbarrieren zeigte brüste her era jahre ich habe eine frau tipp 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 so so läuft das bestimmt auch wenn er gut vorstellen dass die da so ein bisschen so sind granatenkiste einfach mal so mit einer power faust da bei not hier hinten würde ich nicht sitzen wollen oder gerade hier hinten weil mich hat man eher die ruhe da laufen mal weg vorbei aber hier läuft nur jemand vorbei wenn er hierhin möchte oder zu dir beruhigend sein sowieso hier scheiße gebaut was denn das hier für krank hier der wird nie beachtet so versteckt wie der ist wie viel müll hier rumliegt wer hat denn alles schon ausgeplündert ich dachte ich bin jetzt der erste der das gefunden hat scheiß wachroboter scheinbar ja nicht toller raum hier ist der weiß nicht wo still rumsitzen raum und die sind auch von denen hier etwas ich kann doch einfach von einer seite runter springen ich muss mir ein bisschen gemütlicher hinsetzen jedoch war löchen schrecke mich mich doch nicht so peng warum muss ich das jetzt öffnen na ich denke mal wenn man da zuerst hingeht ist das ganz gut dann kann man die wacht diese diese die schussanlagen weg hauen warum gibt es nirgends einen raum mit einem mit mit wo ich meine warum sind überall die die bücher verbrannt muss es nicht irgendwo auf der welt einen raum geben wo die bücher nicht verbrannt wurden sondern noch gut sind ich meine just saying den pfeil nehme ich mal mit den ein pfeil geil hoch ich habe immer noch nichts gefunden mit dem ich das öffnen kann im keller ich finde das langsam richtig doof ein kronkorken hier gibt es auch keine geschichten oder so die letzten worte oder dass jemand so liebesbriefe geschickt hat oder auch keine ahnung einfach impulsgranaten jetzt jetzt ist zu spät zu spät zu spät zu spät zu spät zu spät oh der war toll hier der konnte hier immer malen ich bin mal gerne auf 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 tafeln gemalt das war lustig hier um die ecke vielleicht auch nicht so langweiliges teil haben wir hier jetzt auf einer seite wieder hoch ich bin der chef arbeitet arbeitet alle mehr jetzt habe ich meine hund da gelassen ich hoffe er kommt nach oder ich kann ihn gleich wieder finden trainingsflügel scheinbar geht es weiter ich weiß nicht ich weiß nicht